Ich weiß nicht, was genau passiert ist, weil ich an sich nichts an den Einstellungen geändert habe, aber meine Stimme ist in den Spielen unglaublich leise. Gerade bei Shellshock ist das wieder sehr extrem. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich Untertitel hinzu oder so. Aber ihr werdet zum Teil nichts verstehen, weil die Sounds einfach so extrem laut sind. Nicht wundern, das wird auch beim Video am Donnerstag so sein. Wie gesagt, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Naja, viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute, jetzt willkommen zu einer Runde Shellshock Live mal wieder. Das ist einiges her, das ist das letzte Mal. Ist das dein Bes*** Ernst? . Das ist dein Bes*** Was. Naja, klug war das nicht. Sorry, äh, war jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Ähm, was haben wir noch für Waffen? Okay. Oh, er hat dann ein Team etwas getötet. Äh, die mache ich jetzt fertig. Ja, das war eine schnelle Runde. Ich bin noch nicht mal... Sorry, ich bin gerade so durch den Wind. Ähm, ich habe nur gesagt, willkommen bei Shellshock Live. Äh, nach... Gott, bei mir in dem Kopfhörer extremst laut. So. Ähm, damit ist die erste Runde schon fast rum. Jedenfalls, was wollte ich... Äh, genau. Ich wollte eigentlich Aura aufnehmen, allerdings habe ich eine halbe Stunde aufgenommen, damit ich dann gemerkt habe, dass meine Tonaufnahme nicht funktioniert. Was ich nicht verstehe, weil ich vorher schon ein anderes Video aufgenommen habe und dort die Tonaufnahme funktioniert ohne Probleme. Don't ask me, I have no idea. Also, wie auch immer das passiert ist, ähm... So, jedenfalls... Ah, nicht getroffen, oder? Doch, ich glaube ja. Die Glock. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ich ein paar Sachen ansprechen wollte. Das Aura, äh, dachte ich, das Spore-Video kam jetzt am Sonntag und nicht am Freitag, weil ich zuvor war zu schneiden. Ich bin im Moment ein bisschen antriebslos. Es ist so, ich habe keinen geregelten Tagesablauf. Das macht mich ein bisschen fertig. Ähm, ich hoffe, das wird... Das sollte aber bald besser werden. Deswegen, der kommt bald wieder regelmäßig Videos. Ich bin auch schon dabei zu produzieren. Die Produktion ist auch schon wieder ganz gut. Ich muss eben nur entsprechend die Videos aufnehmen. Dann wird sich etwas weiteres ändern. Und zwar werde ich ein bisschen mit meinem Spiel bei verschiedenen Sachen herumspielen. Bei Aura habe ich schon bei der Aufnahme probiert, etwas anderes zu machen. Und auch bei anderen, äh, Sachen wird das jetzt... Bei anderen Formaten wird das jetzt zu sein. Oder Shellshock, mal gucken. Äh, werde ich jetzt vielleicht auch mit ein paar anderen Sachen arbeiten. Das werde ich sehen müssen. So. Probieren wir es so. Ähm, und da wird sich etwas ändern. Zum Beispiel kann ich ja nicht sagen, das war es bald zu Ende. Und dann werde ich ein neues Projekt anfangen. Da werde ich, je nachdem was es sein wird, ähm, auch probieren, ein passendes Spiel zu finden. Und ich habe zum Beispiel überlegt... Oh, verdammt. Ich habe zum Beispiel überlegt, bei Might Magic so eine Art Kurzfilm-mäßiges Sache draus zu machen, weil das eben doch so ein Spiel ist, das nicht sehr gut für Rollen... Das ist so, was so eine Art Rollenspiel ist. Und da eignet sich das dann halbwegs für. Ich muss aber sehen, wie weit, ähm, ich das dann auch wirklich mache und so weiter, bin ich mir nicht so sicher. Was sag ich mal für Waffen? Ich muss mich aufnehmen, was anders zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie gemerkt, ich habe schon vorher probiert, so... ...un, zwei, drei, zwei, drei, drei, zwei, drei, 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 zwei, drei, 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 zwei, drei, 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 circa sowas geht sch已, drei, drei, sechs, drei, vier, drei, sechs, drei, град、 sechs, um, diese Satisfree. Dann, zweit Das ist also der Reststown, der wir noch einen satisfizistigen Graf appreci von hat indem wir die drei, sechs, drei, sechs, zehn zwei, drei, drei, Diel konfrontiert werden müssen, uns machen und wir seiten, um, die fünf, drei. die letzte Zeit. Kann sein, dass ein bisschen unregelmäßiger Videos kommen. Jetzt hatte ich ja die lange Pause, jetzt hat sich das immer noch nicht so ganz eingespielt. Sehr schön. Okay, aber erste Runde schon mal gewonnen, das ist schon mal schön. Das lohnt sich dann doch. Wie viel Schaden stand da gerade? Wie auch immer. So, und ja, natürlich. Perfekt, das freut mich eigentlich. Ich bin der Juggernaut und ich muss gegen alle anderen kämpfen. Ich habe dafür 1400 HP, das ist gar nicht mal so viel, wie ich gehofft hatte gegen diese Menschenleute. Ja, jedenfalls, ich muss alleine gegen die hier ankommen. Und die, ach so, wir haben 50 HP, alles klar. Alles klar. Das ist dann natürlich ein deutlich leichteres Spiel. Okay, das heißt, ich muss ihn im Prinzip nur einmal treffen, dann ist er in den meisten Fällen schon tot. Das ist ein bisschen Double Bounder. Great, Grand Final. Oh, das kann ich schön dazwischen. Und sie treffen sich. Ach, selbst glaub ich, sie können sich genau. Können sich aber gegenseitig keinen Schaden haben. Ah ja, ich habe natürlich noch 200 Ressortes. Grand Final. Grand Final. Äh, 80 Damage. Ich habe noch Double Bounder, das komme ich jetzt auf den nächsten. Äh, Spiker. Heavy Back Roller. Oh. Hm. Aber ihn kann ich doch mit Counter 3000 zum Beispiel abschießen. Ich weiß nicht, wie man hier haben. Ich habe noch eine 2% gesehen, dass er nicht funktioniert. Ah ne, wobei, ich glaube, der Vieh ist so scheiße. Naja. Das macht nur 20 Damage. Äh, ein bisschen unbefriedigend. Okay, ich werde sie doch öfter treffen müssen. Double Bounder sollte hoffentlich genügend Schaden machen. Doch 31 sollte es machen. Ich kann nicht machen, sondern 30 oder so. Oh. Aber ihr seht schon, das ist ein Juggernaut trotzdem gar nicht so einfach. Selbst wenn man super viel HP hat, weil man HP hat, weil man eben solche Leute spielen muss. So. Spiker. Zwischen die beiden. Ich habe ja... Gut, dass es der, äh... Dings war. Jetzt hätte ich mich selbst dran. Ich glaube nicht. Ich kann mir selbst Schaden zukünftigen. Vielleicht sollte ich mich auch bewegen. Aber das ist... Nur so eine Überlegung. Ein weiterer Tod. Aber jetzt ist das schon der dritte. Wir haben da noch ASW... 30... Nein. 25 Leben. 25. Hm. 25. What the... What the... Wow. Ich hätte Zipper jetzt dadurch gedrückt. Pff. Ähm. Ähm. So. Ich hoffe, ich treffe. Nein. Oder? Doch. 15er Grit und 10 Schaden. Tot. Es sind nur noch drei übliche. Ich habe noch 857 Leben. Das könnte was werden, tatsächlich. Und ich kriege auch noch sowas geschenkt. Das ist lächerlich. Vielleicht noch irgendwelche Items. Okay. Ich habe noch Items. Mwahaha. 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 Ach hier. Bis jetzt schafft er es nicht mehr. Okay. Schafft er nicht. Sehr schön. Was habe ich bekommen? Ich habe Waffe. 54 Damage und er ist tot. Zwei Leute sind noch übrig. Aber ich habe noch ein bisschen Abo bekommen. Quicksand habe ich noch Heavy Back Roller. Ich glaube den schieße ich als nächstes. 30 Damage und das hat er verfehlt. Glücklicherweise. Das schwarze Loch. Aber warum dauert es eigentlich nach der Runde immer so lange? Quicksand. Quicksand. Ah zweiter. Oder? Oh ne. Zumindest habe ich den Weg nach hinten versperrt. Fürs erste. Ich habe Comets. Das muss die zweite Stufe von Asteroid sein. Ich kann mir ein Grand Finale reinschicken. Ne, ich habe eine Idee. Ähm. Ich glaube das macht jetzt nicht so viel Schaden, dass ich direkt töte, aber... Gut, ich wurde nicht großartig verschoben, das ist gut. Dadurch kann ich nämlich nur einfach ein bisschen der Stärke ein bisschen runtergehen und treffen sollte... ... ... ... Das tut weh. Das tut weh. Das war... ...dämlich. Da hat sich die ganze Sache nicht gelohnt. Und es sind jetzt 678 Leben gegen 54 und 58, das heißt es sind 12, 112 Leben. Doppel-Damage. Ja! In einem noch gut, in einem habe ich damit tatsächlich gut. 86 Damage. Sehr geil. Und ich habe nach 649 Leben, das ist sehr schwierig für Lukemeister. Mit so wenig Leben ist es, glaube ich, für einen Juggernaut tatsächlich gar nicht so schwierig. Aber wenn ihr überlegt, ich hätte schlechter getroffen oder etwas mehr Pech mit den Waffen gehabt, hätte das auch anders ausgehen können. Ich werde mich damit so selbst treffen. Wahrscheinlich. Na, ich habe mich nicht getroffen, ich habe einen 20 Schaden gemacht. Das ist ein Offen. Sechs Leben noch. Habe ich irgendeine 100% Waffe? Nein, aber ist egal. Lol, bin ich jetzt auch noch gerade Kopfgeld? Sieht so aus. Juggernaut und, ähm... Wer ist denn das andere? Weiß ich gerade oder nicht. Wicked Witch. Wir dürfen nochmal weg. Hat nicht getroffen. Ich bin hier. Äh, äh, äh. Sehr schön. Done. Okay, perfekt. GG. Ich habe gewonnen. Betten wir uns, wie einer an. Sehr schön. Kein Waffen-Upgrade. Okay. Aber sehr schön. 50 Anime Tanks. Damit bin ich schon Level 61. Win, äh, 8-Play-Around-As-The-Juggernaut. Habe ich ebenfalls abgeschlossen. Gut. Dann können wir noch den Daily Win-Bonus-Claim. Mal gucken, was es wird. Es wird spannend. Oh, was wird? Es wird eine... Ein Geal. Okay. Äh, ist egal. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Waren wir mal wieder seit Längerem etwas bessere Runden. Die auch relativ cool waren. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, im Schnitt, die muss ich gucken. Wird sich vielleicht auch hier was ändern, wenn nicht die Folge. Vielleicht zur nächsten. Werden wir sehen. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder Vorschläge und so weiter. Den nehme ich gerne an. Lesen mir gerne durch. Auf jeden Fall sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.